Bilder, Videos, Audios und anderes aus dem Internet darf man nicht einfach so runterladen und für irgendwas benutzen. Nein, darf man nicht. Weil nur wer das Bild, Video etc. gemacht hat, also der, die Urheberin, darf darüber bestimmen, was damit gemacht werden darf und was nicht. Das ist gesetzlich im Urheberrecht so verabredet. Man müsste also nachfragen, ob man es benutzen darf, sonst kann es teuer werden, Ärger geben, schlechtes Karma und so weiter. Bilder, Videos, Audios und anderes aus dem Internet sind allerdings manchmal mit einer besonderen Lizenz gekennzeichnet. Dann hat der oder die Urheberin, also die Person, die das Bild, Video gemacht hat, sich gedacht, sowas Tolles dürfen andere auch benutzen und gleich durch die Lizenz signalisiert, dass eine Nutzung doch unter verschiedenen Bedingungen erlaubt ist. Bilder, Videos, Audios und anderes aus dem Internet mit einer Creative Common License findet man zum Beispiel oft bei Wikipedia, Wikimedia, bei Flickr, bei Pix, Pixabay oder Unsplash, Audios bei Soundcloud kommen oder Freesound.org, Videos bei Pexels kommen und sogar manche bei YouTube kommen. Ganz gezielt per Suchmaschine geht sogar auch, zum Beispiel bei Google. Erstens, Suchbegriff eingeben bei der Bildersuche, zum Beispiel Hund. Zweitens, dort auf Suchfilter klicken, dann auf Nutzungsrechte. Drittens, Creative Commons anwählen und Google schickt alle Hundebilder durch einen Nutzungsrechte-Filter. Achtung, hier muss unbedingt geprüft werden, ob das Suchergebnis wirklich nutzungsfrei ist. Dazu die Website anfahren, wo das Bild liegt. Hier Pixabay. Die haben ein ähnliches Lizenzmodell und wir sehen hier, alles okay. Frage, darf ich diese Screenshots weitergeben? Antwort, ja, denn die hier besprochene Thematik hängt so eng mit den Abbildungen zusammen, dass es unter das Zitationsrecht fällt.